Meine Damen und Herren, ich eröffne die 115. Plenarsitzung des Hessischen Landtags und heiße Sie nunmehr offiziell herzlich willkommen. Ich begrüße die Gäste auf der Tribüne und wünsche ihnen viel Erfahrung, die sie heute sammeln werden. Ich hätte bald gesagt, ich wünsche ihnen viel Spaß, aber das wollen wir nicht so ausdrücken. Ich begrüße die Landesregierung auch ganz herzlich. Meine Damen und Herren, zunächst, bevor wir in die Tagesordnung eintreten, stelle ich die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Dem widerspricht keiner. Dann ist es so. Dann teile ich Ihnen mit. Der Ministerpräsident Volker Bouffier hat mit Schreiben vom 26. September 2017 mitgeteilt, dass Frau Dr. Bernadette Maria Weiland ihr Amt als Staatsminister her niedergelegt hat. Wir haben ihr am Ende der letzten Sitzung für ihre Tätigkeiten gedankt. Als Nachfolger hat der Herr Dr. Martin-Joseph Worms mit Wirkung vom 1. September 2017 zum Staatsminister beim Hessischen Minister der Finanzen ernannt. Lieber Herr Dr. Worms, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, für unser Land zu arbeiten. Das ist eine schöne Sache. Zur Tagesordnung ist festzustellen, dass die Tagesordnung am 19. September 2017 über den Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 17 Punkten vorliegt. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung entnehmen können, haben wir bei den Punkten 67 bis 71 die Aktuellen Stunden eingetragen. Die Behandeln wir nach § 32 Abs. 6 unserer Geschäftsordnung mit eh fünf Minuten pro Fraktion, wobei ich hinzufüge, dass die beiden ersten Aktuellen Stunden zusammengefasst mit siebeneinhalb Minuten durchgezogen werden. Das Ganze beginnt am Donnerstag ab 9 Uhr. Entgegen der gedruckten Tagesordnung vom 19. September soll Tagesordnungspunkt 10, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und der BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, für ein Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes, Drucksache 19, 52 und 73, nach der ersten Lesung nicht an den Hauptausschuss, sondern an den INA überwiesen werden, das nur zu Ihrer Information. Mehr habe ich nicht zu sagen zu dieser Tagesordnung, außer ich habe die Frage, ob damit die Tagesordnung genehmigt ist. Wenn keiner widerspricht, dann ist das so.